Johannes Claßen war ein deutscher Pädagoge und Altphilologe. Leben Claßen war Schüler des Johanniums in seiner Vaterstadt und schon 1825 Mitglied der Freimaurer Loge Absalom zu den Dreienesseln. Er studierte Philologie und Geschichte bei Bad Holt Georg Niebuhr in Bonn, wo er sich 1829 habilitierte. Seit 1827 lebte er im Haus seines Lehrers, dessen Sohn Markus er unterrichtete. Als Niebuhr 1831 starb und ihm seine Frau nur neun Tage später folgte, nahm Claßen sich der drei verwaisten Kinder an. Er brachte sie nach Kiel und blieb dort ein Jahr, bis er 1832 zunächst als Adjunkt an das Joachimsthal-Scheh-Gymnasium in Berlin gerufen wurde. Ein Jahr später als Professor an das Katharinäum zu Lübeck, wo er 1848 bis 1851 auch Direktor der Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Tätigkeit war. 1853 wurde er Direktor des städtischen Gymnasiums in Frankfurt am Main. Unter seinem Vorgänger Johann Theodor Fömmel, der die Schule seit 1823 leitete, hatte das traditionsreiche Gymnasium einen Niedergang erlebt. Fömmel galt als unzulänglicher in Kleinigkeiten befangener Schulmeister. Unter Klassenzleitung hielt ein neuer Geist an der Schule Einzug, den Friedrich Jakob in Lübeck folgendermaßen beschrieben hatte. 1855 setzte Claßen beim Konsistorium der Schulaufsichtsbehörde der Freien Stadt Frankfurt eine Reform des Lehrplans. Der Prüfungsordnung und der Schulordnung durch Voraussetzung für die Erteilung des Abiturs war nun ein siebenjähriger Schulbesuch. Wichtigste Prüfungsleistung war eine freie lateinische Arbeit, die der Abiturient im letzten Semester anzufertigen hatte. Daneben wurden durch die Lehrerkonferenz die Noten in allen obligatorischen Unterrichtsgegenständen sowie in Betragen und Fleiß festgestellt. Unter Klassenzleitung kam die Schule rasch wieder zu großem Ansehen, nicht zuletzt auch wegen der qualifizierten Lehrkräfte, die Claßen nach Frankfurt zu holen vermochte. Zu ihnen zählten die Historiker Johannes Janssen und Georg Ludwig Krieg und der Altphilologe Alfred Fleckheisen. 1861 war er zusammen mit Fleckheisen Präsident der Frankfurter Philologenversammlung. 1864 nahm Claßen einen Ruf als Direktor des Johannäums in seiner Vaterstadt Hamburg an, nachdem er bereits 1860 einen Ruf abgelehnt hatte. Sein Nachfolger am Frankfurter Gymnasium wurde Tyko Mommsen. 1874 wurde Claßen pensioniert und widmete sich fortan seiner wissenschaftlichen Tätigkeit, vor allem seinem Hauptwerk. Der Herausgabe sämtlicher Werke des Thucydides in einer achtbändigen Schulausgabe. 1879 erhielt er aus Anlass seines 50-jährigen Doktorjubiläums ein Stipendium für einen längeren Studienaufenthalt in Italien und Griechenland. Claßen starb am 31. August 1891 in Hamburg. Werke, Biografie über Jakob Michulus, Herausgabe der Werke des Thucydides, die ehemalige Handelsakademie des Professors J. G. Büsch und die Zukunft des Akademischen Gymnasiums in Hamburg, Verlag W.